Eine der großen Fragen der Menschheit. Was soll ich kaufen? Alden, was soll man kaufen? Diese Frage kommt nicht nur mindestens dreimal im Stream-Abend, im Chat. Bamm, sie kommt auch regelmäßig per Whisper hier reingeballert. Was soll ich kaufen? Alden. Und aus diesem Grund dieses Video, ihr Lieben. Es gibt eigentlich relativ eindeutige Rollen und Routen, mit denen man am leichtesten und am schnellsten vorwärtskommt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Zu diesem Zweck sind wir hier am Level 20 Gewässer. Am Volchow und hier gehen wir shoppen. Warum shoppen wir am Volchow? Weil es am Volchow in diesem wunderprächtigen Angelgeschäft nahezu alles gibt. Fast niemals ist da irgendwas ausverkauft, außer jetzt zum Beispiel sowas wie die Vengar. Aber die gibt es ja auch im Flagship-Store. Und die Preise sind einfach top. Das heißt also beste Preise und eigentlich immer alles verfügbar. Ich kaufe hier eigentlich immer ein. Wenn ich irgendwie zum Karpfenangeln gehen will, erstmal hier hin, alles kaufen, ab und dann geht es weiter. Egal was, immer wieder hier zu diesem wunderprächtigen Shop. Also, die Entscheidung, was man kauft und die Entscheidung, in welche Richtung man will, die liegt einfach bei dir. Denn keiner kann dir natürlich diese Entscheidung abnehmen, was du dir kaufen willst. Und wenn du sagst, Mensch, jetzt will ich aber unbedingt mit Level 12 mir irgendwie was gönnen. Und klar, letzten Endes musst du das einfach für dich entscheiden und sagen, ja, mach ich einfach. Das, was ich wiedergeben kann, ist einfach die Erfahrung von vielen, vielen Leuten aus der Russian Fishing Community, die viele Stunden, viele tausend Stunden geangelt haben. Und da hat sich in der Zeit einfach einiges herauskristallisiert, was sich am ehesten lohnt. Und wenn man da sagt, es gibt grob oder fürs Einfache zwei Richtungen. Man geht entweder in Richtung von einem Allround-Angler, der einfach alles kann. Bedeutet, sämtliche Angelmethoden, überall so ein paar Punkte drin, habe ich hier mit meinem Hauptaccount auch. Ich bin zwar hauptsächlich im Spinning unterwegs, habe aber auch natürlich Punkte in den wichtigsten Grundfischenarten und auch noch ein paar Punkte hier in der Pose mit drin, beim Posenangeln. Aber wie gesagt, mein Hauptangeln ist eigentlich hier das Spinning. Und ich habe den Account gestartet. Da gab es eine der Empfehlungen, der Rollenempfehlung zum Beispiel, noch gar nicht. Und ich hatte gar nicht großartig die Möglichkeit, da zu entscheiden. Nichtsdestotrotz bin ich mit dieser gut klargekommen und habe auch in der Vergangenheit schon die neueren Rollen, diese Karpfenrollen auch getestet. Also, Buddha bei die Fische, gucken wir uns mal die verschiedenen Sets an. Set Nummer 1, stellen wir hier einfach mal ab, würde ich sagen. Wo haben wir das? Hier, zack. Set Nummer 2 würde dann so aussehen. Beziehungsweise, es gibt auch noch ein Set Nummer 3. Das ist dann tendenziell eher so zusammengebaut wie dieses rechte Set. Allerdings nicht direkt mit einer Karpfenroute, sondern da geht man vielleicht einen kleinen Umweg über die Fiederrouten. So, warum so zusammengebaut? Weil es einfach Vorteile bringt und der jetzt das Wichtigste ist, man gibt nicht zu viel Silber aus für, na ich sag mal, für kleine Zwischenschritte. Es gibt immer wieder die Frage, ja warum soll ich nicht, ich würde mir gern. Wenn man sich vor diesen wichtigen Schlüsselpunkten hier, vor diesen wichtigen Rollen und Routen etwas anderes kauft, Sagen wir mal, man gibt einfach mal wieder 1000 Silber aus, dann fehlen einem irgendwann diese 1000 Silber und die muss man ja auch wieder erangeln. Wenn dir das wurscht ist und du angelst gerne auch noch mit, keine Ahnung, Level 30 an einem Level 12 Gewässer, weil dein Setup nicht mehr hergibt, dann kann man das alles machen. Dann ist das alles problemlos zu machen. Aber irgendwann, denke ich mal, möchte man vielleicht auch ein paar dickere Brocken rausziehen und da empfiehlt es sich einfach, ja ich sag mal, die besten Routen und Rollen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu nehmen. Ja, die Profis unter euch sehen wahrscheinlich schon direkt, auf was es hier heraus geht und in welche Richtung es geht. Fangen wir mal mit dem etwas günstigeren Set an, beziehungsweise auch mit dem Set, wo man auch, oder das Set für den Allround-Angler. Das heißt, du hast Bock auf Spinning zwischendurch, du hast Bock auf Grundangeln, du willst einfach alles machen, du lockst dich ein, hörst gerade, Alja, an der Stelle, lüpp der Lachs, dann gehst du da hin und ziehst ihn raus. Algen, da vorne geht der Aal, zack, hin. Oder, ja, wie gesagt, Schleppen, Spinning, Grundangeln, Posenangeln, egal was, das Allrounder-Set sozusagen wäre dieses. Alles, also, zusammengebaut, sieht das dann hier so aus. Wir starten das Ganze mit der Fortuna Carp, mit der Karpfenrute. Die Karpfenrute, beziehungsweise dieses Set halt dann mit der Karpfenrute, wenn ihr, ich sag mal, jetzt am Anfang sehr viel Grundangeln schon gemacht habt, weil ihr die Karpfenrute erst mit Grundangelskill 60% bekommen könnt. Das hier sind 60%. Erst wenn ihr hier soweit seid mit den 60%, könnt ihr die halt verwenden. Vorher müsst ihr dann eigentlich die Fieder kaufen. Fiederrute wäre zum Beispiel, gucken wir mal eben hier unter den Fiederruten, ja, man kann eine Phantasia, könnte man nehmen. Phantasia haben 14 Kilo Tragfähigkeit, könnte man nehmen. Ich habe damals die Fortuna Fieder genommen, die ist unwesentlich teurer, hat 17 beziehungsweise 19 Kilo Tragfähigkeit hier in der Variante. Auch ein schönes Gerät, kann man sehr, sehr lange verwenden, wie gesagt, recht günstig. Und mit 19 Kilo Tragfähigkeit hat man halt einen richtig ordentlich schönen festen Knüppel in der Hand, der auch ordentlich was aushält. Und dementsprechend kann man dann da auch die Alpha draufkloppen. Genau dieses Setup, so wie es hier drin ist, für die Fortuna Fieder FD420 und für die Karpfenrute hier. Genau gleich. Warum genau gleich? Weil auch wenn hier 40 Kilo Tragfähigkeit drauf ist, das ist einfach nur, damit man, ja, damit man das Teil noch weiter ausbauen kann. Das heißt, ihr umgeht hier die Fortuna Fieder, wenn ihr euch die Karpfenrute direkt holt und holt euch direkt die Endrute, das Endgame Set und dann seid ihr mit der Route schon mal durch. Wie gesagt, wenn ihr hauptsächlich Spinning gemacht habt, dann holt euch vielleicht erstmal die Fiederrute, dann müsst ihr erstmal noch bis 60% hochskillen und so weiter. Dann könnt ihr euch die Fortuna Karpfenrute auch später holen. Dann könnt ihr vielleicht sogar noch eher eine bessere Rolle holen, bevor ihr euch die besseren Routen holt. Also, kommen wir nochmal zu den wichtigen Punkten. Wenn ihr sagt, Allround Angler, hauptsächlich Grundangeln und ihr habt halt schon die 60% zusammen im Grundangeln. Und ihr wollt ab und zu mal Spinning machen, dann diese Kombination Fortuna Karp mit der Alpha drauf, diese Schnurkombination einfach ruhig verwenden. Wenn ihr sagt, das hier ist euch zu teuer, achtet da drauf, ungefähr um die 22 Kilo Tragfähigkeit oder sagen wir mal so um die 20 Kilo. Die Schnur nutzt mit der Zeit ab, das heißt, ihr könnt ruhig über der Tragfähigkeit sein. Wichtig in dem Fall immer schön ein Fluorocarbon wiederverwenden. Hier in dem Fall 17,4 Kilo Tragfähigkeit. Kann man einfach kaufen, muss man sich nicht herstellen selber. Das heißt, ihr seid hiermit schön entspannt, genau in der Tragfähigkeit auch oder in der Bremskraft von der Alpha. Die wird nicht kaputt gehen. Und würdet ihr die Fiederrute verwenden statt der Karpfenrute, hättet ihr auch da immer noch die Tragfähigkeit unter der Tragfähigkeit der Fiederrute mit 19 Kilo und seid damit auch safe. Falls mal irgendwas Schlimmes passiert, gefettfingert mit der Maus oder wie auch immer und euch reißt da was ab, reißt eben nur das Vorfach. Genau, 1er Haken, Kartoffel und gib ihm. Dieses Allrounder Set, wie gesagt, ist eben für alles gut zu verwenden. Und wenn ihr dann sagt, ihr wollt hier mit diesem Set vielleicht auch mal auf Z-Fische gehen oder sowas, dann macht ihr einfach hier eine dünnere Schnur drauf oder einfach ein dünneres Vorfach. Auch das funktioniert. Dann seid ihr halt mit einem dünneren Vorfach unterwegs, dementsprechend die Bremse anpassen auf der Alpha. Und alles ist schön. Warum jetzt die Alpha dafür? Weil die Alpha eine relativ, gehen wir mal ein bisschen näher ran, deutlich weniger Fassungsvermögen hat von der Schnur. Eine Alpha kann man eben auch sehr gut mit einer Braid, mit einer geflochtenen Schnur jetzt hier verwenden. Und es passen von so einer geflochtenen Schnur dann, weil die halt so dünn ist, natürlich deutlich mehr Meter wieder drauf. Hier in dem Fall passen jetzt gerade 318 Meter Schnur drauf. Das ist satt. Das ist richtig viel. Wenn ihr eine Braid verwendet, wie gesagt, hier nicht diese teure Devil Braid, sondern eine günstigere, ist die wahrscheinlich ein bisschen dicker. Hat vielleicht auch 22 Kilo Tragfähigkeit. Aber ihr kriegt vielleicht nur 270 Meter Schnur drauf oder so. Reicht auch immer noch dicke. Gerade so für einen Bärensee und sowas, gar kein Problem. Die Alpha ist halt nicht so anfällig bei der Abnutzung, wenn es um geflochtene Schnur geht. Es passt ordentlich was drauf. Ich habe das Ding hart durchgeangelt. Ich hatte das Teil dreimal und habe das Ding wirklich nach allen Regeln der Kunst am Bärensee zerschunden, würde ich sagen. Immer hart am Limit geangelt, maximal reingepumpt in den Drill. Kann man machen. Man kann sie auch ein bisschen pfleglicher behandeln und dann hält das Teil auch ein bisschen länger. Aber das Teil hält es aus, kann man so schon sagen. Ja, nächstes Set ist dann das Set Grundangeln Only oder Grundangeln 90% Plus. Natürlich kann man auch mit jeder anderen Rolle auch mal Spinning machen und spinnen gehen. Auch gar kein Problem. Aber diese Rollen hier speziell sind dafür gedacht, dass man eher Karpfenangeln geht. Beziehungsweise, dass man da eine schöne weiche und etwas dickere Monoschnur drauf macht. Und dementsprechend sind die eben auch deutlich dicker oben. Das heißt, die Spule hier oben, da passt viel mehr dicke Schnur drauf. Und wenn man das halt vergleicht, auf der Alpha sind das beinahe 0,42 mm, 182, also 182 Meter, die drauf passen würden. Hier sind es halt 233, also da deutlich mehr Schnur. Und das schmeckt. Guck mal, jetzt haben wir hier sogar nochmal eine dickere, als hier schon gerade angegeben, auf der Rolle drauf. Wir sind immer noch bei über 200 Meter. Auch das super fürs Angeln am Bärensee, wenn ihr da auf Karpfen gehen wollt. Hier dann schon das Karpfen-Setup so zusammengebaut. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel mit einer 19-Kilo-Schnur rumarbeiten. Das passt auch immer noch ganz gut. Man kann die Bremse ordentlich hochdrehen hier von der HSV. Dann hat man eben eine 19-Kilo-Monoschnur drauf, die eben schön weich ist. Da ist deutlich weniger Abnutzung, weniger Verschleiß, ganz entspanntes Angeln, weniger Verschleiß und Abnutzung auf der Schnur und auf der Rolle und auf den Schnurlaufringen von der Rute. Alles zusammen, alles in allem ist das natürlich das entspanntere Angeln. Vielleicht sogar, wenn man die Reparaturkosten so nach einem halben Jahr angeln mal mit reinrechnet, wird das sogar noch das günstigere sein, auch wenn die Anschaffungskosten am Anfang die höheren sind. Dann hat man hier natürlich sämtliche Komponenten fürs Karpfenangeln. Karpfenangeln, ich habe das hier auch einfach mal so aus dem Shop gerade rausgeholt. Das heißt hier eine entspannte 19-Kilo-Mono, ein Vorfach, gibt es so zu kaufen mit 18,1, 17,4, Fluorocarbon-Vorfach auch einfach nochmal drauf gemacht. Einserhaken groß und ein paar Boilies dran. Zack, ab geht es. Einfache, klassische Haarmontage. Und man kann schön am Karpfenpuff angeln am Bärensee. Ja, warum, wie gesagt, warum hier dann weniger die Braid verwenden? Die Rolle ist da, oder der schmeckt es halt nicht so sehr. Hier, also da dann, wie gesagt, sie ist halt eher geeignet fürs Karpfenangeln. Hier steht es auch nochmal drin im Text, eine gute Wahl fürs Karpfenangeln. Nicht nur, weil sie eben so groß ist, auch mit der Übersetzung und so weiter lohnt sich das halt eher. Klar, ab und zu mal Spinning kann man machen, aber, wie gesagt, euer Schwerpunkt sollte dann wirklich das Grundangeln sein. So, und das sind eigentlich die beiden Basics. Letzten Endes müsst ihr nur noch entscheiden, möchte ich Grundangeln only machen, ab und zu mal Spinning? Oder mache ich Grundangeln und gönne mir dann irgendwann nochmal extra eine Spinningroute oder eine Ultraleitroute oder, oder, oder? Oder macht ihr einfach diesen Allround-Angler, wo ihr einfach alle Möglichkeiten offen habt. Ihr habt, ähm, ihr spart natürlich anfangs ein bisschen Kohle und könnt euch dadurch dann natürlich, ja, viele Wege offen halten. Und habt mit dieser Route und mit dieser Rollenkombination, ähm, ja, anfangs natürlich weniger Kosten, aber, ja, ich sag mal, der Verschleiß ist dann schon ein bisschen höher. Noch ein Vorteil und ein Nachteil, dieses Set hier, dieses Allrounder-Set kann man sich kaufen ab Level 20. Das Grundset ab Level 22, das heißt, die Rolle, ähm, ist halt erst ab Level 22 zu kaufen. Ich mein, preislich, wenn man jetzt nochmal schaut hier, die, äh, HSV liegt bei 2.884 Silber und ein paar zerquetschte hier am Voltio. 2.885 sagen wir jetzt mal und die Alpha liegt bei 2.390, also schon rund, äh, 500 Silber günstiger. Ähm, aber wie gesagt, man braucht ja eh auch noch 2 Level länger, bis man sich das irgendwie kaufen kann. Das schafft man dann auch schon in der Zeit, ähm, die 500 Silber mehr zusammen zu angeln. Dann gibt es natürlich auch zuletzt immer wieder wilde Kombinationen, dass gesagt wird, Alter, ich mach Stippe only, ich mach, also Stippen, ähm, ausschließlich Stippen, ich mach ausschließlich Spinning, ich mach ausschließlich dies und das. Ähm, da kommen auch regelmäßig Fragen zu. Die schlechteste Kombination ist ausschließlich Baitcast, also Baitcast und Grund. Schlechteste Kombination. Ähm, warum? Ihr müsst euch teure Rollen kaufen für Grund, das hatten wir ja jetzt gerade, die Preise hatten wir ja jetzt auch gerade, und dann nochmal teure Rollen kaufen, nur für Baitcast. Und da ist halt die erste vernünftige Rolle, ähm, ab Level 22 auch wieder zu, zu, äh, kaufen. Ich glaub, äh, Z50 hieß die. Ähm, gab's ja auch schon ein Video von meinem Baitcast-Stippen-Account. Und der, der, die Stippe braucht halt keine Rolle, deswegen ist das halt eine günstige Variante. Aber das ist wie gesagt tatsächlich die teuerste Variante. Ähm, wenn ihr Fragen habt, klar, immer gerne Fragen. Aber letzten Endes sollten hiermit jetzt sämtliche Fragen geklärt sein. Macht ihr euch einen Allrounder-Account, geht ihr quasi auf das obere Set mit der Alpha, macht euch einen Grund- und Karpfen-Account, geht ihr dann quasi hier auf, äh, die HSV mit Level 22. Und wenn man dann nochmal weiterguckt ins Endgame, wäre dann eigentlich der logische Schluss, dass man nach dem Karpfenangeln, ähm, oder nach der HSV sagt, okay, ich geh weiter auf eine, auf eine Megara. Megara auch eine fantastische Rolle fürs, äh, Karpfenangeln. Fünf-Sterne-Bewertung, sehr großes Schnurfassungsvermögen, ähm, 25,5 Kilo Bremskraft. Fantastisch eben fürs Karpfenangeln. Oder ihr übertreibt es komplett kohlemäßig mit 32, ähm, doch auch 32.700 Silber ungefähr. Ist es dann halt die Venga fürs Störangeln. Hat dann allerdings auch 32 Kilo Bremskraft. Das ist aber dann auch wirklich absolutes Endgame. Ähm, das würde aber alles komplett auf dieses Set eher aufbauen. Ich meine, man kann das hiermit natürlich auch machen, mit dem Allrounder-Set. Es wäre aber, glaube ich, besser, also so ein Allrounder wäre dann eigentlich, die Tagara zu nehmen. Die Tagara liegt bei 20.700, hat 26 Kilo, äh, Bremskraft. Ähm, und das ist da auch wieder eher so eine Allrounder-Rolle, verwende ich hier mit dem Account auch. Und bin damit auch sehr zufrieden. Ähm, Endgame, ganz schwere Brocken. Dann wieder, wie gesagt, hier Megara für Karpfenangler. Oder Venga für, ähm, ja, Störangler, fette Wälse oder weiß der Geier was. Wenn man da mit den Grundangeln draufgehen will. Ja, und hier, wie gesagt, Endgame Tagara. So. Ich glaube, wir haben's. Alles durch. Ich denke, jetzt kommen wieder viele Meinungen. Gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Es gibt mit Sicherheit andere Wege, die man gehen kann. Ähm, das ist immer wieder meine Empfehlung hier. Diesen Weg oder diese zwei Wege. Und, joa, ich würde sagen, Petri, zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.